Hallo, ich bin der Lehmann, das ist Melancholie Maritim und ich spiele den Song Abschied für euch. Ohne Rücksicht auf die Anderen, sie erschweigend an der Zukunft hinterher, hat gelernt auch mal zu kämpfen, trotzdem sind seine Augen ziemlich schwer. Es heißt nur ein Abschied nehmen, Tschüss, Gebeih und Au Revoir, wenn das nur so einfach wäre. Ich bin der, der einmal war, facettenreich und nicht leicht zu emponieren, von bitter und auf Streit aus verzütter, in letzten Zügen zu regieren. Er will Abschied nehmen, Tschüss, Gebeih und Au Revoir, wenn es nur so einfach wäre, wäre vieles hier zu unklar. Ganz egal, wie schwer und hart es jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass Füreinander-Dasein immer richtig ist und man sich nicht vergisst. Es ist alles super stressig und die Wäsche ist hier fast dahin, man darf nicht vergessen, Füreinander-Dasein. Und wenn dann jemand gut auch mal so ganz gehen lässt, man die Lächeln ziehen. Es kommt alles nicht, wie er will, wie sie geht, weil er weiß, er kann nicht fliegen. Er hasst diesen Stillstand, besser, würde er weiter ziehen. Er will Abschied nehmen, auf Wiedersehen und Adieu, dann zu allerletzt. Anders als die Annaus stört, so viel an sich selbst. Eigentlich auch kein Wunder, wenn man so wie er ständig fällt. Er will Abschied nehmen, auf Wiedersehen und Adieu, dann zu allerletzt, wieder und immer blühen. Ganz egal, wie schwer und hart es jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass Füreinander-Dasein immer richtig ist und man sich nicht vergisst. Es ist alles super stressig und die Wäsche ist hier fast dahin, man darf nicht vergessen, Füreinander-Dasein. Und wenn dann jemand doch mal so ganz gehen lässt, man ihn lächeln zieht. Mit gewerften Augen, am Abgrund entlang, mit verlorenem Glauben in der Hinterhand. Und still stehen, um zu handeln, wie das keiner hier verlangt, den ganzen Mut sammeln, womit man weitermachen kann. Wenn's egal, wie schwer und hart es jetzt hier für jeden wird, es ist wirklich wichtig, dass man hier recht schnell kapiert, dass Füreinander-Dasein immer wichtig ist und man sich nicht vergisst. Füreinander-Dasein immer wichtig ist.